Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In unseren südlichen Nachbarländern fängt jetzt eine besonders süße Ernte an, nämlich die von den Melonen. Auf Feldern in Südfrankreich reifen die bekannten Charentais. Am Morgen werden sie gepflückt und anschliessend in der grossen Sammelstelle nach Kaliber und Reifegrad sortiert und dann für die Korb zum Abtransport zu verladen. Noch am gleichen Tag kommen die ausgesuchten Früchte auf schnellstem Weg in die Schweiz und schon am nächsten Morgen können sie sie erntefrische in ihrem Korbladen kaufen. Wegen ihrem feinduftenden süssen Fruchtfleisch ist Charentais eine beliebte Dessertfrucht. Das hier sind Netzmelonen, sie kommen hauptsächlich aus Italien. Der Kenner weiss, dass sie unter den rauchen, netzartigen Schalen ein sehr saftiges und aromatisches Fruchtfleisch haben. Und diese Melonen, die kennen wir ja alle aus den Sommerferien, es ist die Wassermelonen mit ihrem leuchtend roten Fruchtfleisch und den typisch schwarzen Kernen. Alle diese saftigen Durstlöscher, die wären noch besser, wenn sie es direkt kalt aus dem Kühlschrank servieren. Und so verwandeln sie Melonen mit ein paar Handgriffe in sommerlich leichte Köstlichkeiten. So eine Melone ist übrigens auch ideal zum Mitnehmen, wenn man geht und picknicken. Und da sind noch ein paar weitere Vorschläge für ein Glatz-Picknick aus dem grossen Korbangebot. Fixfertige, mildgewürzte Midi-Salat aus dem Alubeutel in vier knackige Sorten. Ebenfalls zum Picknick gehören die feinen Tigerschmelzkässcheiben, Toast Extra und Sandwich. Zeefrisch, das Erfrischungsgetränk zum Anrühren, ist reich an Vitamin C. Wählen sie zwischen Orangen- und Zitronenaroma. Der Schokotrink mit wertvollen Nährstoffen bleibt auch ohne Kühlschrank frisch. Und Nuts aus Karamell, Candycreme, Haselnüsse und Vollmilchschokolade haben in jeder Tasche geplatzt. Katzen gehören zu den heikelsten Feinschmeckern. Sie brauchen eine ausgewogene Nahrung und Abwechslung. Cha-Cha-Cha von Korb enthalten in einer idealen Zusammensetzung alles, was Katzen brauchen für eine richtige und gesunde Ernährung. Kaufen Sie keine neue Möbel, bevor Sie das neue Wohnsystem Korb-Line nicht angeschaut haben. Das neue Möbelprogramm lässt sich dank dem Spezial-Schnapp-System innerhalb kürzester Zeit und mit einem Minimum an Werkzeug mühelos montieren und demontieren. Korb-Line gibt es für sämtliche Wohnbereiche, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und auch fürs Bad und Küche. Das neue Wohnprogramm in hochwertiger Schweizer Qualität hat zudem ein eleganches Design und ist unglaublich günstig. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Gruppenrezept dieser Woche. Bei uns gibt es heute einen überbackenen Servolat-Goulash. Wir haben hier Speckwürfchen und Zeebeln glasig gebrötet. Pro Person geben wir ein Riesen-Servolat dazu, das wir halbiert haben und in Schiebeln geschnitten. Einen grünen und roten Peperoni haben wir entkernet und in Würfel geschnitten und geben das jetzt auch in die Pfanne. Wir streuen einen Löffel Mehl drüber und ein bisschen Paprika. Und löschen dann ab mit einer Mischung aus Bouillon und Tomatenbüree. Wir lassen alles kurz aufkochen. Zum Verfeinern kann man dann noch ein bisschen sauren Halbramm drüber geben. In einer Gratinform haben wir unseren Wurstgoulash gegeben, streuen jetzt ein bisschen die Hillseiter drüber und dienen im Ofen kurz gratinieren. Den überbackenen Wurstgoulash servieren wir mit Herdtöffelstock und Salat. Das Rezept finden Sie in der Koop-Zeitung dieser Woche einen guten. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Danke, dass Sie für uns gezeigt haben. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Der Composound Portable Radio Crown CSC 155L mit Stereo-Rekorder und Dreiwellenbereich inklusive zwei Lautsprecherboxen zum sensationellen Preis von nur 175 Franken kriegen Sie in allen GoB-Center, GoB-Fahrerhäuser und beim Radio TV Steiner. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GoB Kuchenteig 250g statt 1 Franken, jetzt nur 80 Kappen. Und 500g statt 1,80 Kappen, jetzt nur 1,40 Kappen. Blätterteig 250g statt 1,10 Kappen, jetzt nur 90 Kappen. Und 500g statt 2 Franken, jetzt nur 1,60 Kappen. GoB-Fleisch-Bastete, Delikatesse, Kalbfleisch oder Schinken, drei Dosen nach Wahl, statt 4,5 Kappen, jetzt nur 3 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 5kg Vollwäschmittel Teddy Mat statt 12,50 Kappen, nur 9,90 Kappen. 1L Gewäbverrädler Lenor Konzentrat statt 4,50 Kappen, nur 3,90 Kappen. Drei Pakete Viehwäschmittel Express Super statt 7,35 Kappen, nur 4,90 Kappen. Ausländische Aprikosen 5kg, nur 9,75 Kappen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.